William K. Stewart, Sherlock Holmes und der japanische Gesandte, die neuen Abenteuer, Folge 3, nach den Charakteren von Sir Arthur Conan Doyle, gelesen von Wolfgang Pampel. Als wir Anfang September 1883 von unserer viertägigen Schottlandreise zurückgekehrt waren, hätte ich in der Tat einer kleinen Verschnaufpause bedurft. Die Unausgeglichenheit, die mir Holmes auf der Rückfahrt attestiert hatte, gestaltete sich innerlich als permanenter Kampf zwischen Angstzuständen und Übermut und manifestierte sich äußerlich mitunter in gereizter Müdigkeit, die ich durch Frohsinn zu überspielen suchte. Seit den lebensbedrohlichen Vorfällen am Highgate-Friedhof vor wenigen Monaten konnte ich nur wenig Schlaf finden, denn ich hatte sie noch nicht verarbeitet. Davon zeugte auch die Tatsache, dass es mir bislang nicht möglich war, die Geschehnisse dieses Falles zu Papier zu bringen. Ich wollte mich nun in den kommenden Tagen dazu zwingen, sie niederzuschreiben, denn das nüchterne Rekapitulieren der Fakten würde mir gewiss die emotionale und seelische Akzeptanz erleichtern. Doch mit der verlässlichen Zufälligkeit des Lebens stand unser nächster Fall bereits vor der Tür, als ich noch nicht einmal unsere Koffer ausgepackt hatte. Holmes, der sich an derlei profanen Dingen ohne dies nicht zu beteiligen pflegte, hatte soeben seine Strativari zur Hand genommen, als unsere Haushälterin Mrs. Hudson anklopfte. Ja, bitte, rief er und legte die Violine unverrichteter Dinge wieder in den Geigenkasten. Mrs. Hudson trat ein und hatte einen unbekannten Gast ostasiatischer Herkunft, jedoch in europäischer Kleidung mitgebracht. Mr. Holmes, sagte sie, entschuldigen Sie die Störung, aber hier ist Mr. Shimada vom japanischen Konsulat in London. Er wünscht, eine dringende Bitte vorzutragen. Holmes witterte sofort die Nahen der exotischen Herausforderung, während ich mir fest vornahm, ihn keinesfalls nach fern aus zu begleiten. Er bedankte sich bei Mrs. Hudson und verabschiedete sie, damit wir mit unserem Gast ungestört sprechen konnten. Nachdem unsere Haushälterin die Tür von außen geschlossen hatte, trat Mr. Shimada auf uns zu und deutete eine Verbeugung an. Guten Tag, meine Herren, sagte er mit beinahe akzentfreiem Englisch. Konnichiwa, antwortete Holmes zu meiner noch größeren Verwunderung, die meine eigene Verbeugung wohl ein wenig ungelenk aussehen ließ. Was führt Sie zu uns, Mr. Shimada? Leider geht es um einen bedauerlichen Vorfall, der unserem Delegationsleiter, dem Gesandten seiner Majestät des Tenno, widerfahren ist, antwortete Shimada. Eigentlich handelt es sich um eine gleichermaßen verstörende wie delikate Angelegenheit. Mir wurde gesagt, Sie seien der richtige Mann, der die Sache mit dem nötigen Fingerspitzengefühl und der gebotenen Diskretion behandeln würde. Holmes nickte. Gewiss. Ist der Konsul denn in Schwierigkeiten geraten? Shimada atmete tief durch. Wissen Sie, Mr. Holmes, der japanische Kaiser verfolgt eine Politik der Aufklärung und der Öffnung gegenüber der Welt. Die Regierung hat daher provisorische diplomatische Vertretungen in den wichtigsten europäischen Hauptstädten, in Paris, Wien, Berlin und eben in London eingerichtet, über deren permanenten Status noch zu entscheiden sein wird. Eine bilaterale Verstimmung, gar ein Skandal könnte diesen Bemühungen einen herben Rückschlag erteilen. Ich verstehe, sagte Holmes, der in Wahrheit wenig Interesse an Diplomatie und Politik hatte. Um welcher Art potenzieller Verstimmung handelt es sich denn nun? Shimada zögerte. Der Konsul ist tot. Er wurde ermordet. Ich konnte an Holmes' Gesicht ablesen, dass er begeistert war, Weswegen ich ihm mit einer abermaligen Verbeugung und den Worten »Unsere aufrichtige Anteilnahme, Mr. Shimada« zuvor kam. Holmes, ein wenig überrascht, nickte zustimmend, ging dann aber sofort in den Ermittlungsmodus über. »Wie, wo und wann ist das geschehen?« »Heute Morgen«, antwortete Shimada. Der Konsul klagte über Atemnot, Übelkeit und Taubheitsgefühle am ganzen Körper, die sich über Nacht eingestellt und intensiviert hätten. Bald darauf bekam er keine Luft mehr und ist qualvoll erstickt. Wir konnten nichts mehr für ihn tun. Ich bin fast unmittelbar danach hierher geeilt. »Haben Sie denn nicht die Polizei gerufen?«, warf ich ein. Shimada verneinte. Die Räumlichkeiten der japanischen Gesandtschaft inklusive der integrierten Wohnquartiere sind nicht jedermann zugänglich und werden gewissermaßen als exterritoriales Gebiet behandelt. Die britischen Behörden sind nur zuständig, wenn wir es zulassen. Wir sind jedoch übereingekommen, dass es besser sei, wenn wir die ganze Sache intern behandeln, um staatspolitische Verstimmungen zu vermeiden und vor allem, um die Angelegenheit nicht in die Öffentlichkeit zu tragen. Deshalb hoffen wir, dass Sie den Fall diskret aufklären können. »Das werden wir mit Sicherheit«, behauptete Holmes. Ich hätte nun aber einige Fragen. Zunächst, wenn das Konsulat, wie Sie sagen, ein abgeschlossener Bereich ist, so reduziert sich der Kreis der Verdächtigen wohl auf das Personal, nicht wahr? »Dieser bedauerliche Gedanke ist zutreffend«, antwortete Shimada. »Und ein weiterer Grund, weshalb ich von der Involvierung der britischen Polizei vorerst Abstand genommen habe.« Holmes' Interesse für den Fall steigerte sich augenscheinlich weiter. »Und wie viele Menschen sind im Konsulat tätig?«, wollte er wissen. »Fünf«, erklärte Shimada, um sich sogleich zu verbessern. »Das heißt vier seit dem Ableben des Konsuls. Der Wirtschaftsattaché, der Militärattaché, der Koch und ich selbst.« »Überschaubar«, murmelte Holmes mehr für sich. »Was ist denn eigentlich Ihre Funktion, Mr. Shimada?« Der Angesprochene zögerte und senkte den Kopf. »Mein offizieller Titel ist der eines Kulturattachés. Diese Akkreditierung ist jedoch eine Tarnung. In Wirklichkeit bin ich der geheime Sicherheitsoffizier, den das japanische Heimatministerium jeder Gesandtschaft zur Seite stellt. Meine Aufgabe ist der Schutz unseres Personals, insbesondere des Konsuls.« Shimada stand die Betroffenheit ob seines persönlichen Versagens ins Gesicht geschrieben. Es war nicht leicht, die richtigen Worte zu finden. Holmes sollte hierfür sogleich den Beweis antreten. »Das ist bedauerlich«, sagte er. »Diese Aufgabe haben Sie dann wohl nicht zur vollen Zufriedenheit aller Betroffenen ausgeführt.« »Eine schändliche Unzulänglichkeit, meinerseits«, bestätigte Shimada, ohne sich eine etwaige Kränkung durch Holmes anmerken zu lassen. »Geradezu unentschuldbar. Meine einzige Hoffnung besteht darin, durch die Aufklärung der Tat, mit Ihrer geschätzten Hilfe, Mr. Holmes, »Gnade vor den Augen meiner Vorgesetzten zu finden.« »Sie verfügen selbst über kriminalistische Kenntnisse«, vermutete Holmes. »Keinesfalls auf ihrem Niveau«, erklärte Shimada, mit demonstrativer Bescheidenheit. Allerdings war ich nach meinem Dienst in der Kaiserlichen Garde zwei Jahre als polizeilicher Ermittler in Tokio tätig. Ehe Holmes abermals eine unbedachte, herabwürdigende Bemerkung machen konnte, stellte ich fest, das wird die Zusammenarbeit gewiss erleichtern. Aber, Mr. Shimada, setzte ich fort, als Arzt hätte ich auch noch eine Frage. »Warum sind Sie überhaupt so sicher, dass es Mord war? Könnte nicht auch eine natürliche Todesursache vorliegen? Sie werden selbstverständlich Gelegenheit erhalten, mein Urteil zu überprüfen«, antwortete Shimada. »Aber ich erkenne eine derartige Vergiftung, wenn ich sie sehe. Sie müssen wissen, dass dies in Japan ein häufiges Vorkommnis ist.« Ich legte unwillkürlich meine Stirn in Falten. »Sie meinen Giftmorde?« Shimada schüttelte den Kopf. »Nicht unbedingt. Ich spreche vom Tod durch Fugu.« Holmes wurde schlagartig hellhörig. »Fugu«, wiederholte er. »Der pazifische Kugelfisch«, erklärte Shimada. Seine Innereien und bei manchen Unterarten auch die Haut sind hochgiftig. Es bedarf besonderer Kenntnisse und Fertigkeiten bei der Filetierung und Zubereitung. Trotzdem sterben jedes Jahr hunderte Menschen durch das Gift des Fugu. Großteils durch mangelnde Vorsicht oder Sachkenntnis. Mitunter handelt es sich jedoch um eine Inszenierung und in Wahrheit um Mord. »In unserem Fall besteht kein Zweifel, dass das nach Fisch riechende Gift vermutlich aus der Gallenblase des Fugu extrahiert wurde, um gezielt zur tödlichen Anwendung zu kommen.« »Aber seine letale Wirkung«, stellte Holmes fest, »hat das Gift erst nach Stunden entfaltet. Das bedeutet, dass als eigentliche Tatzeit gestern Abend anzusetzen ist.« »Hat der Konsul die Räumlichkeiten der japanischen Gesandtschaft gestern verlassen?« Shimada verneinte. Mir war klar, dass damit nicht nur die Tat Zeit, sondern auch der Tat Ort feststand. Und als mutmaßliche Täter kamen lediglich die vier im Gebäude anwesenden Personen infrage, inklusive unseres Auftraggebers. »Wir klärten mit Mr. Shimada die finanziellen Bedingungen und vereinbarten, dass wir ihm in einer Stunde zum japanischen Konsulat folgen würden. Dann entließen wir ihn.« Die Räumlichkeiten der kaiserlichen Gesandtschaft befanden sich standesgemäß in Westminster auf der Piccadilly. Während der Kutschenfahrt sinierte Holmes zunächst über den Fugu. Ein interessantes Lebewesen, dieser Kugelfisch, das sich mit allen Mitteln wert verspeist zu werden. Er verfügt über Stacheln und kann sich zur Abschreckung aufblähen. Selbst im Tode zieht er seinen Fressfeind mit in den Abgrund. Ich werde ihm in meinem aktuellen Manuskript wohl ein paar Seiten widmen. Ich sah Holmes verwundert an. »Sie schreiben momentan über kuriose Meeresbewohner?« »Reden Sie keinen Unfug, Watson«, belehrte mich Holmes umgehend. »Ich spreche von meiner texikalischen Zusammenfassung über kriminalistische Toxikologie.« »Das Werk sollte in wenigen Monaten erscheinen.« »Also ein Buch über Giftmorde«, verbesserte ich mich. Doch Holmes war immer noch nicht einverstanden. »Über Analyseverfahren bezüglich toxikologisch induzierter physiologischer und biochemischer Prozesse im menschlichen Körper.« »Deren Diagnostik sowie Verifizierung zum Zwecke der wissenschaftlichen Kriminalistik«, erklärte er. »Also über Giftmorde«, insistierte ich und wechselte rasch das Thema. »Vor uns liegt eine klassische Konstellation. Ein abgeschlossener Raum. Ein Mordopfer. Vier Verdächtige.« Ich las kürzlich wieder Postgeschichten über Auges de Pein. »De Pein«, unterbrach mich Holmes sofort. »Verschonen Sie mich mit diesem belgischen Dilettanten.« »Französisch«, korrigierte ich. Holmes zog die Augenbrauen zusammen. »Bitte wie?« »Nun, vielmehr ein Französischer.« »Ich räusperte mich.« »Ein Französischer.« »Dilettant«. Holmes machte eine abwiegelnde Handbewegung. »Einerlei, Wurzen.« »Diese Form von literarischer Abenteuerermittlerei voller Mythos und spektakulärer Scharlatanerie bringt uns nicht weiter.« »Oder wollen Sie mir etwa als Tatverdächtigen im Fall des Konsuls einen japanischen Schneeaffen präsentieren?« »Dies nicht gerade«, antwortete ich gelassen, »sofern sich nicht doch einer auf der Personalliste der Gesandtschaft befindet.« Während Holmes' Mine noch ein wenig unentschlossen zwischen strafendem Blick und unterdrücktem Amüsement schwankte, kam unsere Kutsche vor dem durchaus repräsentativen, wenn gleich etwas schmalen Gebäude des japanischen Konsulats zum Stillstand. Mr. Shimada erwartete uns bereits vor dem mehrfach gesicherten, mit Eisenstreben verstärkten Tor. Die Fenster waren in allen drei Stockwerken vergittert. So viel stand fest. Keinesfalls konnte ein Täter von außerhalb eingedrungen sein, weder Mensch noch Primat. Mr. Shimada führte uns durch die leeren Räumlichkeiten der Gesandtschaft direkt in das Büro des verstorbenen Delegationsleiters in der dritten Etage. Die Angestellten waren von ihm angewiesen worden, vorerst in ihren jeweiligen Privatgemechern zu verweilen. Das Büro war modern und funktionsorientiert möbliert, wohingegen allerlei Gegenstände auf das Herkunftsland, dessen Kultur und Geschichte verwiesen. Eine japanische Flagge mit der zinnoberroten Sonnenscheibe auf weißem Grund, ein ostasiatisches Teeservice, ein Spielbrett mit schwarzen und weißen Steinen, Holzmalereien, die kunstvolle Gartenanlagen, die Kirschblüte und Geishas bei der Tee-Zeremonie zeigten. Sowie besonders eindrucksvoll direkt neben der Tür eine antike Samurai-Ritterrüstung und zwei an der Wand angebrachte, leicht gebogene Schwerter. Holmes hatte für diese Ausstellungsstücke scheinbar kein Auge, sondern ging schnurstracks zur Couch, wo der Leichnam des bedauernswerten japanischen Gesandten lag. »Wurde der Körper nach dem Tode bewegt?«, fragte Holmes. »Nein«, versicherte Shimada, »der Konsul ist direkt hier und in dieser Position verstorben.« Holmes winkte mich hinzu, um mit mir das Opfer zu begutachten. Weit davon entfernt einen friedlichen, fast schlafenden Eindruck vieler Toter zu machen, zeugte der Leichnam vielmehr vom Todeskampf des Konsuls. Die Hände hatten sich offenbar zu Klauen verkrampft. Das weiße Haupthaar war zerzaust, der hagere Körper als Ganzes ein wenig verrenkt. Der blassgelbliche Farbton der Haut wies eine Tendenz ins Bläuliche auf. Die Augenlider waren unnatürlich weit geöffnet. Als ich Mund, Rachen und Zunge des Toten begutachtete, waren klar sichtbare Schwellungen und eine dunkle Verfärbung zu erkennen. In der Tat deutete alles auf eine Vergiftung hin. Wobei es keine Einstichlöcher gab, die eine intravenöse Verabreichung suggeriert hätten. Das Gift war oral eingenommen worden. »Tod durch Fugu«, erklärte Shimada, »bedeutet einen Angriff auf die Organe und das Nervensystem. Schlussendlich die Lähmung der Atemwege. Das Versagen der Lunge und das daraus resultierende Ersticken sind die unmittelbare Todesursache. »Kein besonders schöner Tod«, attestierte ich. »In Japan«, sagte Shimada, »wird der Tod infolge einer Fugu-Vergiftung vor allem als sinnloser und somit ehrloser Tod angesehen. Freilich gilt das nur bei eigenem Verschulden. Aber hier im Konsulat«, stellte Holmes fest, »stand der Kugelfisch nicht auf dem Speiseplan der Küche, nehme ich an.« Shimada schüttelte den Kopf, »natürlich nicht. Nach unseren Gesetzen wäre das illegal.« »Genauso wie Mord«, murmelte Holmes, während er begann, im Büro im Kreis zu gehen. Nach der dritten Runde blieb er stehen und sah Shimada an. »Wir werden nun Ihre Mitarbeiter vernehmen. Würden Sie bitte dafür sorgen, dass Sie einzeln und nacheinander hierher kommen?« »Jerwohl«, antwortete Shimada und wollte bereits das Büro verlassen, drehte sich vor der Tür jedoch noch einmal um. »Mit wem wollen Sie denn anfangen?« Holmes zögerte keine Sekunde. »Mit dem Koch, natürlich.« Nur kurze Zeit später stand der Küchenchef vor uns. Ein kleiner, deutlich übergewichtiger, bärtiger Mann, der zweifellos selbst zu seinem besten Kunden zählte. Dass die Befragung gewisse Komplikationen implizieren würde, wurde mir erst jetzt klar. Der japanische Koch sprach kein Wort Englisch, weshalb Mr. Shimada als Übersetzer fungierte. »Fragen Sie ihn«, ordnete Holmes an, »wann er das letzte Mal Fugu zubereitet hat.« Shimada wandte sich mit wenigen Worten an den Koch, der sofort sein bisheriges Lächeln einstellte und uns ernst ansah. »Käste«, rief er entschlossen. Bevor Shimada tätig werden konnte, meinte Holmes »schon gut« und nickte dem Koch beruhigend zu. »Geh ich recht in der Annahme, dass er noch nie Fugu zubereitet hat?« »Dies auch niemals tun würde und es keinesfalls mit seiner moralischen Integrität vereinbaren könnte.« »So in etwa«, antwortete Shimada. »Gomen Nasai«, »Entschuldigung«, sagte Holmes an den Koch gerichtet, um sich so dann wieder Shimada zuzuwenden. »Wir wollten ihn nicht beleidigen und keinesfalls beschuldigen. Können wir nun erfahren, was der Konsul gestern Abend als letztes zu sich genommen hat?« Während Shimada wiederum übersetzte, nahm ich Holmes kurz zur Seite. »Holmes, woher verfügen Sie denn über Kenntnisse der japanischen Sprache?« »Nicht jetzt, Watson«, flüsterte Holmes, der Shimada und den Küchenchef nicht aus den Augen ließ. »Wir befinden uns inmitten einer Zeugenbefragung.« »Meine Herren«, unterbrach uns Shimada, »wir wären soweit.« Der Konsul, müssen Sie wissen, führte ein beinahe asketisches Leben. Wie üblich verzichtete er auch gestern auf ein Nachtmahl und begnügte sich mit einer Tasse Kukisha-Tee. Diese hat unser Koch persönlich zubereitet und hier im Büro serviert. Das war das letzte Mal, dass er den Konsul sah. Danach säuberte er die Küche und ging zu Bett. Holmes' Blick richtete sich sofort auf den Schreibtisch. Und tatsächlich, dort stand immer noch eine Teetasse aus Porzellan. »Diese Tasse?«, fragte er und deutete mit dem rechten Zeigefinger darauf. Der Koch, der den Kontext auch ohne englische Sprachkenntnisse verstand, nickte eifrig. Holmes ging zum Tisch, nahm die Schale in die Hand und betrachtete sie ausgiebig. Offenkundig war nichts Außergewöhnliches an ihr zu bemerken, abgesehen von ihrer kunstfertigen japanischen Machart. Doch im nächsten Moment führte Holmes die Tasse schon in Richtung seines Mundes. »Um Gottes Willen, Holmes!«, rief ich und fiel ihm in den Arm. »Nicht trinken!« Holmes machte ein verdutztes Gesicht. Aufgrund meines Stoßes entglitt die Schale seinen Fingern, fiel zu Boden und zerbrach dort in zwei Teile. »Mein lieber Watson,« sagte er ruhig, »mit Ihrem Übereifer zerstören Sie Beweismittel. Die Tasse war leer. Ich wollte lediglich daran riechen.« Während ich mich mit betretener Mähne entschuldigte, hob Holmes mit einem Taschentuch eine der Scherben auf und hielt sie zunächst unter seine eigene, dann mir direkt unter die Nase. »Nun?«, fragte er erwartungsvoll. »Sie haben zweifellos wieder den richtigen Riecher,« sagte ich, ohne zu wissen, worauf er wirklich hinaus wollte. Holmes wandte sich an Schemada. »Das etwas herbe und dominante gräserne Grünteearoma mag den Konsul getäuscht haben. Doch Dr. Watson und ich können hier definitiv einen subtilen Fischgeruch feststellen. Das Gift des Fugu befand sich in dieser Tasse. Eindeutig, bestätigte ich, wieder einmal erstaunt über Homs umfassende Sinnesschärfe, denn mir war bei besten Willen gar nichts aufgefallen.« Schemada nickte. »Die Gallenblase des Fugu verströmt einen intensiven Geruch, den das entnommene Gift beibehält. Gute Arbeit, meine Herren. Wir haben die Tatwaffe.« Ich musste mich am Kopf kratzen, während ich die Scherbe in Homs Hand betrachtete. Dieser jedoch war schon im Begriff, den Koch zu verabschieden. »Arrigato«, sagte er und machte eine angedeutete Verbeugung. »Mr. Schemada, wenn Sie uns nun bitte den nächsten Mitarbeiter bringen würden?« Die beiden Konsulatsangestellten gingen hinaus und ließen uns für einige Minuten allein. Sobald die Tür geschlossen war, drehte sich Homs schwungvoll zu mir um. »Nun, Watson, was denken Sie?« Ich musste nicht lange überlegen. »Ich denke, dass der Koch der perfekte Täter wäre. Er verfügt über Wissen, Zugang und Möglichkeit. Aber Sie werden mir bestimmt gleich darlegen, warum dies zu simpel gedacht ist.« Homs nickte. »Die Voraussetzungen zur Durchführung sind in der Tat perfekt. Vielleicht zu perfekt. Eines haben Sie jedoch vergessen. Der Koch hätte keinerlei erkennbares Motiv. Davon wollte ich mich nicht beirren lassen und antwortete abermals rasch. Das könnte doch jede Kleinigkeit sein. Eine einfache Beleidigung vielleicht. Ich habe gehört, dass Asiaten auf persönliche Herabwürdigungen oft ein wenig überreagieren. »Mein lieber Watson«, entgegnete Homs, »ich gedenke nicht, unsere Ermittlungen auf europäischen Vorurteilen aufzubauen. Ein Mord mittels Fugo-Gift ist zudem wohl kaum eine Tat im Affekt. Nein, unser Koch, ein einfacher Mann und braver Untertan, ist gewiss nicht tausende von Meilen gereist, um hier den Gesandten seines himmlischen Monarchen zu töten. Das ergibt keinerlei Sinn. Vielleicht war es gerade der Standesunterschied, der zum Konflikt und zum Mord führte,« vermutete ich. Erntete von Homs jedoch eine abschlägige Antwort. »Wenn es nach Ihnen ginge«, sagte er, »wäre der Mörder immer der Gärtner, der Butler oder der Koch. Die meisten Verbrechen mit Todesfolge, sofern es sich nicht um einen Raub handelt, spielen sich jedoch innerhalb einer Gesellschaftsschicht ab.« Die Rückkehr von Mr. Shimada unterbrach unsere kleine Diskussion. Mir waren aber ohne dies die Argumente ausgegangen. An der Seite von Mr. Shimada befand sich Mr. Katayama, seines Zeichens zuständiger Delegierter für Wirtschaftsfragen und Handelsbeziehungen. Dieser war ein für einen Japaner überraschend großgewachsener Mann mittleren Alters und erwies sich als ähnlich höflich wie Mr. Shimada. Zurückhaltend in Gestik und Mimik, geschult in europäischen Umgangsformen. Ein erfahrener Diplomat, der sich natürlich auch problemlos in unserer Sprache zurechtfand. »Mr. Katayama«, begann Holmes die Befragung, »Sie befinden sich wohl schon länger im diplomatischen Dienst Ihrer Majestät des Tenno.« »Das ist richtig«, antwortete Katayama. »Ich vertrete die ökonomischen und die Handelsinteressen des Kaiserreiches »Seit Jahren in unterschiedlichsten Missionen. Zuletzt war ich zwei Jahre in Preußen und in Süddeutschland tätig.« »Ich verstehe«, sagte Holmes. »Und welche Interessen sind es genau, die Sie diesbezüglich zu verfolgen haben?« »Nun, Sie wissen vermutlich«, erklärte Katayama, »dass Japan seit über 200 Jahren eine Abschottungspolitik gegenüber dem Westen verfolgt hat. Mit Ausnahme des Königreiches der Niederlande waren unsere Häfen für europäische Schiffe gesperrt. Nun aber versuchen wir, wieder Anschluss an die Entwicklung zu finden. Unser wirtschaftlicher, wissenschaftlicher und technischer Rückstand ist erheblich. Unsere Industrialisierung steckt in den Kinderschuhen. Daher besteht unser Ziel in der Etablierung Japans als moderne Industrienation, die den Vergleich zu Europa und den USA nicht scheuen muss. Hierfür benötigen wir Wissen und Bildung, Maschinerie und Infrastruktur, Ressourcen und Rohstoffe, aber auch ein straffes Staatswesen mitsamt einem schlagkräftigen Militär. Während meiner Zeit im Deutschen Reich konnte ich diesbezüglich bereits umfangreiche Erfahrungen sammeln und Verbindungen knüpfen. Und hier im Vereinigten Königreich, ergänzte Shimada, hoffen wir selbstverständlich auf ähnliche Fortschritte. Selbstverständlich, wiederholte Holmes, den internationale Handelsbeziehungen noch weniger tangierten als internationale Politik. Und Sie selbst, Mr. Katayama? Was sind Ihre persönlichen Interessen? Der Befragte machte ein verständnisloses Gesicht. Ich kann Ihnen nicht ganz folgen, Mr. Holmes. Verzeihung, entschuldigte sich Holmes. Ich will mich etwas klarer ausdrücken. Meine Frage zielt darauf ab, ob Sie selbst in Japan eine Unternehmung ihr eigen nennen. Das tue ich, bestätigte Katayama. Mein Handelsunternehmen betreibt internationale Importgeschäfte, insbesondere im Bereich der Metallwaren und Stahlprodukte. Natürlich streben wir eine eigenständige Stahlindustrie an. Die Interessen des japanischen Kaiserreiches und die meinigen decken sich diesbezüglich. Aber inwiefern berührt dies den Mord an dem Konsul? Holmes lächelte. Ich möchte mir nur ein Gesamtbild machen, versicherte er. Sie haben ganz recht. Lenken wir unser Augenmerk nun wieder auf den vorliegenden Fall. Wann haben Sie den Konsul denn zuletzt gesehen? Heute Morgen, antwortete Katayama. Mr. Shimada und ich waren bemüht, ihm zu helfen. Wir trugen ihn auf die Couch, doch dort verstarb er. Danke, davon hat mir Ihr Kollege bereits berichtet, sagte Holmes. Vielmehr interessiert mich, wann Sie den Gesandten zuletzt bei guter Gesundheit gesehen haben. Das war gestern Abend, erklärte der Wirtschaftsattaché. Wir hatten noch einen kurzen Meinungsaustausch über Handelsverträge. Ein Streit? fragte Holmes. Keineswegs, beteuerte Katayama. Mr. Shimada mischte sich an dieser Stelle ein. Verzeihung, vielleicht kann ich hier etwas beitragen. Auf dem Weg zurück in sein Wohnquartier berichtete mir vorhin unser Koch, dass er den Konsul in seinem Büro mit ungewöhnlich lauter Stimme sprechen hörte, während er die Küche aufräumte. Und dass Sie, Mr. Katayama, zu diesem Zeitpunkt zu einer Unterredung anwesend waren. Der Angesprochene zögerte nur kurz und meinte dann, meine Ansichten müssen sich nicht immer mit jenen des Delegationsleiters decken. Meine Aufgabe als Experte besteht auch darin, etwaige Fehleinschätzungen, die auf Informationsmangel basieren, zu korrigieren. Holmes hob eine Augenbraue. Und um welche Korrektur ging es gestern Abend? Einige Vertragsbestimmungen, antwortete Katayama. Nur Details, nicht weiter von Bedeutung. Der Konsul hat sich schließlich von mir überzeugen lassen. Das Gespräch dauerte nur fünf Minuten. Danach begab ich mich direkt in mein Schlafgemach. Ich verstehe, sagte Holmes. Nun gut, das wäre vorerst alles. Mr. Shimada, würden Sie jetzt den Militärattaché zur Befragung holen? Shimada nickte und verließ mit Katayama das Büro. Als wir wieder allein waren, sah ich mich bemüßigt, den Stand der Dinge zu rekapitulieren. Was sagen Sie dazu, Holmes? Bezüglich des Disputs wollte uns der Wirtschaftsdelegierte im Dunkeln lassen. Das ist wohl wahr, antwortete Holmes. Aber vergessen Sie nicht, hier ist ein Mord geschehen. Auch unschuldige Personen werden in solch einem Fall nur ungern ein potenzielles Motiv preisgeben. Ich verstehe schon, was Sie meinen, entgegnete ich. Aber Katayamas durchgehend ablenkende und abwiegelnde Art macht mich doch einigermaßen misstrauisch. Holmes musste lächeln. Mir scheint, mein lieber Watson, Sie haben einen neuen Hauptverdächtigen. Ist der Koch bereits entlastet? In keinster Weise, rief ich. Gut so, meinte Holmes. Es ist wichtig, dass wir keine voreiligen Schlüsse ziehen. Schon gar nicht, bevor wir nicht alle Verdächtigen, beziehungsweise Zeugen gehört haben. Wie auf ein Bühnenstichwort öffnete sich die Tür und Mr. Shimada trat wieder ein. Ihn begleitete nun Mr. Hayashida, in der japanischen Delegation zuständig für Militärwesen und Rüstungsfragen. Ein alter Armeegeneral, tatsächlich in Uniform. Mit weißem Haar, kriegserfahren, patriotisch und traditionsbewusst. Ich muss außerdem erwähnen, dass sein Englisch in Aussprache und Wortschatz bei weitem nicht an die annähernde Perfektion von Shimada und Katayama heranreichte. Aus Verständlichkeitsgründen möchte ich dies im Folgenden aber nur andeuten. Holmes bot Hayashida den Besucherstuhl auf unserer Seite des Schreibtisches an, doch dieser lehnte ab. Ich stehe lieber, sagte er, und nahm eine besonders aufrechte Haltung ein. Wie Sie wünschen, meinte Holmes, wir wollen gleich zur Sache kommen. Wann haben Sie den Konsul zuletzt gesprochen? Der General lockerte seine Haltung, quasi auf eigenen Befehl, bevor er antwortete. Als ich heute wegen der Aufregung in das Büro gekommen bin, war der Gesandte bereits tot. Gestern Abend trafen wir uns hier noch zu einem Spiel. Holmes deutete auf das Brett mit den Gitternetzlinien und den Steinen, das auf dem Schreibtisch stand. Dieses Spiel? Hayashida nickte. Das Spiel heißt Go, erklärte er. Der Konsul und ich beendeten fast jeden Tag mit einer Partie. Ich inspizierte Brett und Steine und stellte fest, vermutlich verwandt mit unserem Damesspiel. Der General wandte sich an mich. Ich glaube nicht, sagte er, dass Sie in Europa ein in der Komplexität und philosophischen Tiefe vergleichbares Spiel haben. Bevor ich protestieren konnte, übernahm Holmes wieder die Befragung. Wie ist Ihr gestriges Spiel verlaufen? Haben Sie gewonnen? Darum geht es bei Go nur am Rande, erklärte Hayashida. Im Vordergrund stehen Disziplin, Konzentration und geistige Balance. Und wie stand es diesbezüglich? hakte Holmes nach. Tatsächlich hatte der Konsul gestern Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren, antwortete der General. Auf seinen Wunsch haben wir das Spiel nach etwa 30 Minuten abgebrochen und begaben uns in unsere jeweiligen Gemächer. Holmes nickte. Somit waren Sie die letzte Person, die den Konsul gestern gesehen hat. Das ist wohl zutreffend, bestätigte Hayashida. Anscheinend wollte Holmes die Befragung bereits beenden, als ich mich entschloss, noch ein anderes Thema anzusprechen. Herr General, begann ich. Ich habe selbst gedient in der Armee Ihrer Majestät der Königin in Indien und Afghanistan. Ich frage mich, wo steht das japanische Kaiserreich in Zeiten der Zuspitzung zwischen den europäischen Großmächten und der militärischen Bündnispolitik? Wir werden uns nicht einmischen, wenn Großbritannien, Frankreich und Deutschland wie Hyänen über die Verteilung der kolonialen Beute streiten, erklärte Hayashida. Ich habe wenig übrig für die kaum ehrenhafte Kriegsführung mit Kanonenbooten, Maschinengewehren und Granaten und was dann noch kommen mag. Einem Soldaten wird dabei kein Wert mehr beigemessen und das Töten zum massenhaften, anonymen Akt. Aber ich erkenne die Notwendigkeit, die japanische Armee entsprechend zu modernisieren und eine eigenständige Rüstungsindustrie aufzubauen. Nur so werden wir unsere eigenen Interessen sichern können. Dass sich diese auch auf Korea, China und den asiatischen Südosten erstrecken, sollte ihnen klar sein, dementsprechend wird sich die künftige Bündnispolitik unseres Landes gestalten. Meine Gedanken darüber, dass die Europäer und Amerikaner mit der Industrialisierung und Aufrüstung Japans eine Schlange an ihrem Busen nährten, ließ ich mir nicht anmerken. Ich hoffe sehr, sagte ich, dass die gegenwärtigen freundschaftlichen Beziehungen des Kaiserreichs zum Empire in einer langjährigen Partnerschaft zum beiderseitigen Vorteil münden. Der General nickte mir zu und verbarg seine gewiss bestehenden Zweifel hinter einer gleichbleibenden Freundlichkeit. Nun gut, meinte Holmes, der in der Zwischenzeit ein wenig abwesend gewirkt hatte, dann wollen wir Mr. Hayashida nicht länger belästigen. Wir danken Ihnen für Ihre Zeit. Abermals reagierte der General nur mit einem Kopfnicken, machte Kehrt und ging in Richtung Ausgang. Bei der Samurai-Rüstung blieb er kurz stehen und betrachtete sie für wenige Sekunden. »Ist das Ihre Rüstung?«, fragte Holmes. »Nein«, antwortete Hayashida, ohne sich umzudrehen. »Nicht mehr. Sie war meine Rüstung, aber das ist lange her.« »Sehr lange.« Shimada öffnete die Tür und der General verließ uns. Holmes verschränkte die Arme, blickte zu Boden und drehte sich einmal langsam im Kreis. Als ich schon dachte, er würde nun endlich etwas sagen, wiederholte sich der Vorgang in der Gegenrichtung. Und da der gespannt wartende Shimada mit derlei Denkpausen nicht vertraut war, räusperte ich mich, um Holmes auf diesen aufmerksam zu machen. »Ah, Mr. Shimada«, rief Holmes, als hätte er ihn eben erst entdeckt. »Sie sind genau der Mann, den ich jetzt brauche.« »Zu Ihren Diensten«, verlautbarte Shimada nach kurzer Verwunderung, »wie kann ich Ihnen helfen?« »Nun, wir haben drei von vier potenziellen Tätern verhört«, erklärte Holmes, »nur Sie noch nicht.« »Sie verdächtigen mich?«, fragte Shimada gelassen. »Ich wäre ein schlechter Detektiv, wenn ich es nicht täte«, antwortete Holmes. »Sie werden doch nicht leugnen wollen, dass es rein technisch betrachtet Ihnen am besten möglich gewesen wäre, den Mord zu begehen und nur kaum verwertbare Spuren zu hinterlassen.« Shimada stimmte zu. »Natürlich. Wer wäre denn besser geeignet, den perfekten Mord zu planen und durchzuführen, als ein ehemaliger polizeilicher Ermittler oder ein Detektiv?« Holmes nickte zufrieden. »Ich sehe, wir verstehen uns. Stellen wir uns folgende Situation vor. Sie haben soeben den Konsul vergiftet, ihm das Extrakt der Gallenblase des Fugu unbemerkt in den Tee geschüttet, nur ganz wenig davon. In Ihrem Besitz befindet sich nun aber noch das restliche Gift, das Sie vermutlich in einem kleinen Fläschchen aufbewahren. Das könnte Sie überführen. Was tun Sie also?« Shimada musste nicht lange nachdenken. »Ich muss die Flasche verstecken, aber nicht in meinem eigenen Quartier, denn dort würde früher oder später eine Durchsuchung stattfinden. Zu den Räumlichkeiten der anderen Personen habe ich keinen Zutritt, auch nicht zur Küche, die der Koch immer versperrt. Ich muss die Flasche gleich hier loswerden, hier im Büro.« »Ganz recht«, sagte Holmes und begann, sich im Raum umzusehen. Nach einigen Sekunden wandte er sich wieder an Shimada. »Gut, Mr. Shimada. Wären Sie wohl so freundlich, nun das gesamte Botschaftspersonal wieder herbeizurufen? Ich werde dann den Fall aufklären.« Shimada war die Erleichterung anzumerken. »Sofort, Mr. Holmes«, antwortete er und machte sich auf den Weg. Ich war einigermaßen überrascht. »Holmes! Sie haben den Fall gelöst?«, fragte ich. »Noch nicht«, lautete die etwas verwirrende Antwort, »es gibt lediglich Hinweise und Indizien, Möglichkeiten und Motive, aber keine Beweise. Der Koch hätte die naheliegende Gelegenheit gehabt. Der Wirtschaftsattaché hatte einen Streit mit dem Konsul und dem General würde es gefallen, wenn das Kaiserreich infolge eines Attentats seine diplomatischen Beziehungen zu Europa wieder beenden würde. Gewiss wäre es den beiden Letztgenannten auch möglich gewesen, gestern Abend, in einem Moment, in dem der Konsul unachtsam war, das Gift in den Tee zu schütten. Alles ist möglich. Nichts Unmögliches ist auszuschließen. Aber Holmes«, sagte ich, immer noch verwundert, »Sie haben doch eben versprochen, den Fall in den nächsten Minuten aufzuklären. Wie wollen Sie das machen?« »Ganz einfach«, entgegnete Holmes. »Wenn keine Beweise vorliegen, so muss der Täter selbst den Beweis liefern.« Ich konnte zum damaligen Zeitpunkt wahrlich nicht behaupten, dass mir klar war, was Holmes nun plante. Jedoch war ich mir sicher, dass er, wie üblich, genau wusste, was er tat. Daher sammelte ich mich und bot meine Unterstützung an. Wie kann ich dabei behilflich sein? Holmes lächelte beinahe schelmisch. Mein lieber Watson, spielen Sie einfach mit. Gleich darauf versammelten sich alle Angehörigen der japanischen Gesandtschaft im Büro des Konsuls, dessen Leichnam als stiller Ankläger immer noch auf der Couch lag. Wir hatten ihn inzwischen jedoch mit einem Tuch zugedeckt. Vor uns standen nun also die vier möglichen Täter. Der Sicherheitsoffizier Shimada, der Wirtschaftsattaché Katayama, General Hayashida, sowie der für uns immer noch namenlose Koch, für den Shimada im Folgenden wieder übersetzte. »Gentleman«, begann Holmes, als würde er eine Party eröffnen, »Danke für Ihr Kommen. Ich habe Sie hier zusammengerufen, weil ich in Ihrer Gegenwart nun den Mord an Ihrem Konsul aufklären werde. Das bedeutet, dass einer von Ihnen als Täter entlarvt und überführt werden wird.« Holmes ließ den Satz wirken, während ich aufmerksam die vier Japaner beobachtete. Keiner von ihnen schien nervös oder unruhig zu sein. »Der Täter«, setzte Holmes fort, »hat es uns nicht leicht gemacht. Der Nachweis eines Giftmordes birgt einige Schwierigkeiten in sich. Außer Zweifel steht, dass sich das Gift des Kugelfisches in dieser leider zerbrochenen Teetasse befand. Holmes zeigte auf die beiden Scherben, die nun am Schreibtisch lagen. Ebenfalls außer Zweifel steht, dass der Konsul gestern Abend mit seinem üblichen Grüntee das Gift eingenommen hat, weshalb er heute Morgen verstarb. In einem günstigen Moment hatte der Täter das Gift dem Tee beigemengt. Der Konsul musste hierfür nur kurz abgelenkt sein. Was aber geschah mit dem Giftfläschchen? Der Täter musste sich dessen entledigen, um nicht mit dem Mord in Verbindung gebracht zu werden. Und er hat es hier in diesem Raum versteckt. Holmes Blick durchstreifte nochmals das Büro. Dann ging er fünf Schritte zur Samurai-Rüstung neben der Tür und winkte mich hinzu. »Watson, würden Sie bitte den Helm abnehmen und umdrehen?« Ich tat wie gewünscht und tatsächlich zwischen der Befestigung des Halsriemens und der Innenseite des Helmes war eine kleine, unetikettierte Flasche eingeklemmt. Holmes nahm sie mit einem Taschentuch vorsichtig heraus, ging zurück zum Schreibtisch und platzierte sie neben der zerbrochenen Teetasse. Dann wandte er sich wieder an die Verdächtigen, während ich versuchte, den Helm korrekt zurückzustellen. Dies ist also die Giftflasche aus dem Besitz des Täters, erklärte Holmes den nach wie vor aufmerksamen, aber gänzlich ruhigen Verdächtigen. Aber wem gehört die Flasche? Wir haben seit kurzem die Möglichkeit, dies herauszufinden, mit einem komplett neuen Verfahren namens Dactyloskopie oder nach seinem Erfinder auch Goldentest genannt. Wenn Sie vielleicht kurz Ihre eigenen Fingerkuppen betrachten, so werden Sie auf der Innenseite feine, spiralförmige Linien auf der Haut entdecken. Dies sind die Papillarleisten, die bei jedem Menschen unterschiedlich und unverwechselbar sind. Und auf jeden Gegenstand, den man angreift, hinterlässt man einen entsprechenden, individuell zuordnenbaren Abdruck, auch wenn dieser mit freiem Auge nicht sichtbar ist. Der Golden-Test macht ihn sichtbar. Wir werden daher nun die Fingerabdrücke auf der Flasche sicherstellen und als Gegenstück die Abdrücke von Ihnen nehmen, um sie zu vergleichen. Holmes wandte sich zu mir um und sagte, »Dr. Watson, bereiten Sie alles für die Durchführung des Golden-Tests vor?« Natürlich hatte ich noch nie von einem Golden-Test gehört und meine Zweifel, ob es einen Zollchen überhaupt gab. »Wie, jetzt gleich?« fragte ich etwas zögerlich. Holmes sah mich nachdrücklich an. »Wann denn sonst, Watson? Sie haben doch alles, was Sie dafür brauchen, in Ihrer Arzttasche.« Ich öffnete meine Tasche, die ebenfalls auf dem Schreibtisch stand, und blickte hinein. Das Erste, was in meiner Hand landete, war ein steril verpacktes Skalpell. »Mein lieber Watson«, bemerkte Holmes, »ich denke, in diesem Fall wird es nicht nötig sein, den Probanden die Fingerkuppen gleich abzutrennen.« »Wer weiß«, murmelte ich, und fand endlich Utensilien, die einen Golden-Test womöglich vortäuschen könnten. Eine Flasche destillierten Wassers. Kleinere Ampullen mit Tropfen gegen Kopfschmerzen und Fieber, Pipetten, einen Wattebausch, sowie ein Pulver zum Wundverschluss. Ich nahm alles aus der Tasche und breitete es auf dem Tisch aus. Nach einem bestärkenden Kopfnicken von Holmes verkündete ich, »Wir wären soweit. Alles bereit für den Golden-Test.« »Golden«, zischte mir Holmes zu. »Gewiß, für den Golden-Test«, korrigierte ich mich sofort. Holmes lächelte die vier Verdächtigen an. »Wer möchte beginnen?« »Keine Angst, es tut nicht weh.« Die Konsulatsangestellten seien einander zögerlich an und wussten offenbar noch nicht so recht, was sie davon halten sollten. Als jedoch der Koch als Erster die Hand hob, um sich zu melden, wurde er von hinten unsanft zur Seite gestoßen. Katayama sprang hervor und bahnte sich den Weg zur Tür. »Das ist doch lächerlich«, rief er. »Wir werden uns nicht diesem unwürdigen Test unterziehen. Herr General, schreiten Sie ein!« Doch Hayashida blieb gefasst. Er blickte Holmes und dann wieder Katayama an. »Ich werde mich sehr wohl testen lassen«, erklärte er mit ruhiger Stimme. »Denn meine Hände sind rein wie mein Gewissen.« Er hob beide Arme und zeigte seine Handflächen, um das Bild zu unterstreichen. Katayama wich noch einen Schritt zurück. Er stieß mit dem Rücken gegen die Samurai-Rüstung. »Shimada, das ist alles Ihre Schuld! Holmes hat hier doch keinerlei Befugnisse! Schicken Sie ihn fort!« Auch Shimada ließ sich nicht irritieren. »Wenn Sie es wünschen, Katayama, können Sie den Golden-Test auch bei mir machen«, sagte er. Dr. Watson war zuvor so freundlich, mich mit dem Verfahren vertraut zu machen. Ich nickte rasch, um die Behauptung zu bestätigen. »Geben Sie auf, Katayama«, befahl General Hayashida. »Wir garantieren Ihnen, dass Sie nach Japan überstellt werden und dort Gelegenheit erhalten, sich vor einem Gericht des Kaisers zu erklären.« »Niemals«, rief Katayama. Mit einer raschen Drehung ergriff er eines der Samurai-Schwerter hinter sich an der Wand und zog es blitzschnell aus der Scheide. Holmes wollte bereits auf den überführten Täter zugehen, doch ich hielt ihn an der Schulter zurück. Währenddessen hatte sich der Koch unversehens vor die Tür gestellt. »Gehen Sie von der Tür weg«, brüllte ihn Katayama sofort an. »Ich möchte Sie nicht verletzen, aber ich werde nicht zögern, falls es nötig ist.« Er bedrohte den Koch mit der Schwertspitze, indem er sie nur wenige Zentimeter entfernt auf dessen Gesicht richtete. Doch der Küchenchef blieb unbeweglich und verzog keine Miene. »Aus dem Weg, oder Sie sind ein toter Mann«, wiederholte Katayama aufgeregt. Im Bruchteil der nächsten Sekunde schlug der Koch mit einem Hieb auf den Arm Katayama das Schwert aus der Hand, ließ einen Handkantenschlag gegen dessen Kehlkopf folgen und warf ihn über seine Schulter zu Boden, wo er ihn umgehend mit einem Würgegriff fixierte. Katayama lag bewegungsunfähig und röchelnd da. »Sie stehen hiermit unter Arrest«, erklärte Shimada, zog den Mörder gemeinsam mit dem Koch hoch, um ihn fortzubringen und vorläufig in seinem Zimmer einzusperren. Es war das letzte Mal, dass wir Katayama zu Gesicht bekamen. Auf der Fahrt nach Hause schwiegen wir zunächst, denn wir mussten das Geschehen erst verarbeiten. Schließlich konnte ich mich aber doch nicht zurückhalten. »Holmes«, sagte ich, »was sollte das mit diesem Golden-Test? Das hätte schiefgehen können. Ich habe noch nie davon gehört.« Holmes zwinkerte mir vertraulich zu. »Den Golden-Test gibt es auch nicht. Das heißt, um genau zu sein, noch nicht. Das ist einstweilen Zukunftsmusik. Doch tatsächlich ist es so, dass Francis Golden, ein Kollege von Ihnen, gegenwärtig an der Entwicklung eines derartigen Verfahrens zur Identitätsfeststellung per Fingerabdruck arbeitet. Es wird aber noch Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte dauern, bis daraus eine verlässliche Methode der Kriminalistik entsteht, die auch vor Gericht standhält. »Das bedeutet wohl«, entgegnete ich, »dass die Ermittlertätigkeit der Zukunft erheblich erleichtert wird, zumindest solange der Täter keine Handschuhe trägt.« »Keine Sorge, mein lieber Watson«, antwortete Holmes, »Sie können sicher sein, dass das wichtigste Werkzeug des Detektivs weiterhin sein Verstand bleiben wird.« Am nächsten Morgen beim Frühstück in der Baker Street wollte ich den beiden letzten Geheimnissen rund um den Fall des ermordeten japanischen Gesandten auf den Grund gehen. Während Holmes arglos seinen Tee trank, überfiel ich ihn mit der Forderung, »Holmes, Sie sind mir noch zwei Erklärungen schuldig. Bin ich das?« fragte er. »Was bereitet Ihnen denn noch Kopfzerbrechen?« »Zum einen«, begann ich, »würde mich interessieren, woher sie wussten, wo sich das Giftfläschchen befand. Ohne den Fund wäre ihre kleine Inszenierung ins Leere gegangen.« »Nun, das war ganz einfach«, behauptete Holmes. »Der Kinnriemen des Samurai-Helmes war verschoben und unsymmetrisch ausgerichtet. Niemand würde das bei einem Ausstellungsstück machen. Jemand musste daran vor kurzer Zeit eilig hantiert haben. Es ist mir gleich als erstes aufgefallen, als wir das Büro des Konsuls betraten. »Holmes, Sie sind ein ebenso bemerkenswerter wie merkwürdiger Mensch«, sagte ich nach gebührender Verblüffung. »Und das führt mich zu meiner zweiten Frage.« »Nur zu«, meinte Holmes mit einer einladenden Handbewegung. Ich setzte ein ernstes Gesicht auf. »Ihre japanisch-Kenntnisse, Holmes. Woher stammen sie?« »Das ist eine alte Geschichte«, behauptete Holmes abwiegelnd. Als ich vor zehn Jahren auf der Weltausstellung in Wien weilte, nahm dort erstmals das japanische Kaiserreich mit einer großen Abordnung teil. Eine flüchtige Bekanntschaft zeigte mir damals die Kunst des Origami. Dabei blieben wohl auch ein paar japanische Vokabeln hängen. Ich war mir nicht sicher, ob ich diese Geschichte glauben sollte. »Origami?« »Eine Bekanntschaft?« wiederholte ich misstreuisch. »Ja, mein lieber Wurzen«, bestätigte Holmes unbekümmert, »eine junge Dame. Ich glaube, ich erinnere mich auch noch an ihren Namen.« »Naruko«, hieß sie. »Naruko Yanagihara.« »Um Himmels Willen, Holmes«, rief ich und schlug mir selbst auf die Stirn. »Ihr Gedächtnis in Ehren.« »Aber wissen Sie denn nicht, wer das ist, Ihre Naruko?« »Sie ist die Mutter des japanischen Thronfolgers.« Holmes war sichtlich überrascht. »Ach, ist sie das?« Bevor ich Holmes die Komplexität der Beziehungen am japanischen Hof erläutern konnte, klopfte Mrs. Hudson an unserer Tür. Sie überreichte uns ein kleines Paket mit einem Begleitbrief, das ein Bote abgegeben hatte. Holmes öffnete das Schreiben, das von Shimada stammte. »Katayama ist geständig«, berichtete Holmes nach der Lektüre. Shimada schreibt, dass er zugegeben hat, Bestechungsgelder der preußischen Stahlindustrie angenommen zu haben, um deren Handelsverträge zu begünstigen. Der Konsul ist diesen Machenschaften auf die Schliche gekommen, drohte mit einer Anzeige und wurde deswegen von Katayama ermordet. »Welch profanes, banales Motiv! Das Geld«, stellte ich fest. »Apropos Geld«, »unser Honorar wurde bei meiner Bank hinterlegt«, ergänzte Holmes. »Außerdem entschuldigte sich Shimada dafür, nicht mehr persönlich zu erscheinen. Er begibt sich noch diesen Vormittag mit Katayama auf ein Schiff nach Yokohama, um ihn persönlich den japanischen Behörden zu übergeben.« »Und was ist in dem Päckchen?«, fragte ich und begann bereits mit dem Öffnen. »Dabei dürfte es sich um japanische Spezialitäten handeln, mit besten Größen des Küchenchefs«, erklärte Holmes. Tatsächlich befand sich in dem Paket ein Teller mit kleinen Häppchen, die ein wenig an Hordeuvre erinnerten, aber offenkundig mit Fisch belegt waren. Als Unterlage schien Reis zur Anwendung zu kommen. »Probieren Sie nur, Watson«, forderte mich Holmes auf. »Dem Schreiben nach handelt es sich um Tonfisch, nicht um Fugu.« »Das beruhigt mich«, entgegnete ich trocken und nahm todesmutig eines der Häppchen in die Hand, um es mir als Ganzes in den Mund zu stecken. Trotz der eigenwilligen und unentschiedenen Konsistenz entfaltete sich ein interessanter Geschmack, dominiert vom Fisch, ein wenig säuerlich, wohl aufgrund der Reiszubereitung. »Gar nicht übel«, attestierte ich. »Wie heißt das Gericht?« Holmes warf nochmals einen Blick in den Brief, um nachzulesen. »Es nennt sich Sushi.« »Ein Name, so einfach wie die Idee«, meinte ich, und nahm mir das nächste Stück. »Also ich bin überzeugt.« Holmes hingegen schüttelte den Kopf. »Ich weiß nicht, Watson«, sagte er bedächtig. »Roher Fisch auf klebrigen Reisballen? Das wird sich in Europa niemals durchsetzen.« Dann begann er, mehr und mehr in Gedanken verloren, aus dem Briefpapier langsam eine Taube zu falten. »Heitschwerter«, »Wie heißt das Ganze, deriedte der Fall ist durch das Stück rpen.« »Deskst weinen«, »Jek'igo in das Ganze«, »ào ja »h guarter«. Vielen Dank.